Im heutigen Video geht es um die Apple TV, genauer gesagt um die mit 4K. Und ja, ich weiss, es ist nicht mehr die neueste Box, aber ich habe hier einen speziellen Rabattcode für euch. Was das genau ist, schaut das Video euch an und oder bedient euch unten an den Kapitelmarken. Genau, Kapitelmarken heissen die Dinger. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns ganz kurz an, was in der Box drin ist und wie man das Teil konfiguriert. Ist nämlich erdenklich einfach. Viel einfacher als andere Geräte, die ich in dieser Reihe mit Mediacenter euch hier vorstellen werde in der nächsten Zeit. Somit, wer sich für die Dinge interessiert, unbedingt den Kanal abonnieren. Es folgt noch was von Xiaomi und was von Nokia. Und den Chromecast mit Google TV, so darum geht es. Das Video ist eh schon oben verlinkt und unten auch im Text. Und wer später anschaut, die anderen Videos sind natürlich da dann auch verlinkt. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns an, was alles in der Box drin ist. Was verrät uns die Schachtel? Zum einen, dass eine Apple TV drin ist und eine Apple TV Fernbedienung. Seitlich nichts und ein bisschen Text. Wie viele Gigabyte? 32 Gigabyte. Hier nichts. Hier, dass es die Apple TV 4K Box ist und auf der Rückseite, dass ihr hier diverse Apps habt. Aus dem App Store direkt von Apple TV, der eigenen Apple TV Plus App. Netflix, Disney Plus, Apple Music, Prime Video und YouTube. Dass ihr das Ganze über AirPlay ansteuern könnt, von eurem iPhone aus direkt auf die Box. Und dass sie fähig ist, mit den AirPods zu kommunizieren über Bluetooth. Und logischerweise auch über die HomePods. Und dann würde ich sagen, packen wir das Ganze doch mal aus. Und dafür müssen wir zuerst diese unschöne Folie entfernen. Ist die einmal weg, gehört die Schachtel geöffnet. Jetzt mal schauen. Komm schon. Voilà. Und schon, und das liebe ich ja an Apple, schön aufgebahrt. Zum einen das Apple TV selber und dann die Fernbedienung, die deutlich dicker ist als das letzte Modell. Und auch anders von den Bedienungen, Knöpfen etc. Schauen wir uns gleich an. Darunter befindet sich wahrscheinlich das Stromkabel. Genau. Ein Mickey Mouse auf normales Stromkabel. Und dann eben die Apple TV selber. Auch das schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Und hier drunter haben wir zum einen ein bisschen Papierkleb und zwei geliebte Apple-Kleber. Und zum Aufladen der Fernbedienung ein USB-A auf Lightning-Adapter. Auch sehr wichtig. Und dann würde ich sagen, machen wir mal hier alles auf die Seite, was wir nicht mehr brauchen. Und wer sich jetzt fragt, wo das hier HDMI-Kabel eventuell mit dabei ist, gibt es nicht. Schon seit Jahren nicht. Das ist so eine Geschichte. HDMI ist ein Krüppelstandard. Da ist jeder Fernseher anders. Und deshalb kümmert ihr euch am besten selber um das für euch passende HDMI-Kabel. Und dann als allererstes gilt es hier, und das liebe ich ja so an den Apple-Devices, zu hören bitte. Das ist eigentlich was für ein Richtmikrofon und ein ASMR-Video-Kanal. Ja, hier hinten haben wir die Zugänge, Stromkabel, was ja mitgeliefert ist, HDMI, um das ihr euch selber kümmert. Und dann haben wir hier noch den Ethernet-Port, damit ihr das Ganze direkt an einer schnelleren Leitung in Richtung eures Internets anbinden könnt. Oben drauf das Apple-TV-Logo. Unten ist noch ein weiterer Kleber drauf. Machen wir später weg. Und hier ein paar Lüftungsschlitze. Von denen hört ihr allerdings eigentlich grundsätzlich fast nie etwas. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns, wie gesagt, die Fernbedienung noch ein bisschen genauer an. Auch hier zuallererst mal entfernen wir das Ganze. Wenn ich dann finde, wo. Hier. Ah, rausschieben. Geht im Zweifelsfall immer. Genau. Die Fernbedienung selber, wie gesagt, deutlich dicker und auch wieder gewichtiger. Aus Aluminium, aus einem Guss und natürlich mit den freigefrästen Bereichen, wo die ganzen Bedienelemente drauf sind. Und die schauen wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. Hinten drauf das Apple-Logo in schwarz. Noch ein bisschen Blabla für die Europäische Union etc. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, den Lightning-Kabelstecker einzustecken, um das Ganze mit Strom zu versorgen. Zum einen habt ihr hier zum Ein- und Ausschalten einen dedizierten Knopf. Dann habt ihr hier das Mikrofon. Das braucht ihr, wenn ihr mit... Ich spreche es jetzt nicht laut aus. Ihr wisst, wie sie heisst. Sie steht unten. Kommunizieren möchtet. Drauf drücken und dann ist das Mikrofon aktiv. Hier habt ihr einen Mehrfachwege-Controller, Joystick, Clickwheel von Apple und vier Knöpfe in alle Himmelsrichtungen. Dann haben wir den TV-Knopf zum Rauskommen, ein Zurück-Button, ein Play-Pause, ein Mute-Button und der Lautstärkeregler. Sehr, sehr schicke Fernbedienung. Mir hat die alte auch gefallen. Ich habe die geliebt. Ich konnte die auch bedienen. Nicht wie viele anderen. Aber das ist natürlich schon was Schickes. Ich freue mich drauf. Und hier natürlich Infrarot ist drunter verbaut. Und sie kann wieder eigenständig stehen. Jetzt geht es ab an den Fernseher damit. Ist die Apple TV richtig angeschlossen? Passt alles? Dann ganz einfach auf der Fernbedienung auf den Einschallknopf drücken. Und dann der Reihen nach durchgehen. Deutsche Sprache wählen. Das Land, in dem ihr euch aufhaltet, auswählen. Wenn ihr das gefunden habt, müsst ihr in Datenschutzrichtlinien konfigurieren. Ihr könnt das Ganze manuell konfigurieren oder über das iPhone. Mein Tipp, wenn ihr habt, nutzt das iPhone. Denn es geht total einfach, schnell und mit einem Knopfdruck wird das Ganze verbunden. Die WLAN-Verbindungen werden übertragen. Die Bluetooth-Geschichte wird miteinander gepaart. Ihr müsst nur dazu einen Aktivierungscode eingeben, der euch auf der Apple TV, also auf dem Display, angezeigt wird. Und dann rattert das Ganze ein Weilchen. Das Ganze braucht natürlich ein bisschen Zeit. E-i-Cloud muss eingerichtet werden. Ihr müsst die ganzen Konfigurationen übertragen und so weiter und so fort. Aber damit habt ihr nichts zu tun. Könnt es einfach nebenbei laufen lassen. Dann müsst ihr festlegen, ob ein Passwort ständig eingeben werden muss. Und ihr könnt die Einstellungen vom iPhone übernehmen. Auch das wieder sehr, sehr praktisch. Und dann geht es weiter mit dem TV-Anbieter, sofern ihr einen habt. Und sonst überspringt ihr diesen Button. Geht auf die Home-Screen-Darstellung, die ihr aktivieren könnt. Wenn ihr mehrere davon besitzt, könnt ihr die synchron halten. Funktioniert über die iCloud einfach und schnell. Und dann bestimmt ihr noch, wo das die Apple TV ist, wenn ihr mehrere Haushalte habt. Und schlussendlich auch, wo im Zimmer, respektiv wo im Haus, dass die Box drin ist. Auch könnt ihr ihren Bildschirm schon herunterladen. Mein Tipp, tut es. Das sind unglaublich coole Bilder. Die möchtet ihr sehen. Die Analysendaten werden noch mit Apple geteilt. Die Nutzungsbedingungen dürft ihr akzeptieren. Und dann lädt sich auch schon der Start-Screen. Das funktioniert im Vergleich zu anderen Boxen, die wir dann später noch hier im Kanal sehen, deutlich schneller und einfach. Und hier seht ihr auch schon, die ganzen Apps, die wir sonst so nutzen, werden nachgeladen. Bei mir ist es halt so, dass die von der Box von zu Hause übernommen wurden. Das ist noch die alte Apple TV, aber wie gesagt, die Daten werden hier übernommen. Wenn du dir jetzt selber mal ein Bild von der Teleboy-App machen möchtest, fleissig selber TV-Sendungen oder Serien, Filme etc. aufzeichnen möchtest und das bis zu 1000 Stunden, dann kannst du das gerne mal ausprobieren. Dafür habe ich den Pocipsi 2, ich werde es unten einblenden, Gutscheincode von Teleboy erhalten, womit ihr zwei Monate lang das Ganze mal ausgiebig testen könnt und sehen könnt, ob das euch liegt. Herzlichen Dank an Teleboy an dieser Stelle für die Unterstützung. Wie gesagt, es gibt hier im Kanal nächstens weitere Media Center, die ich euch vorstellen werde, worüber ihr unter anderem diese Teleboy-App auch nutzen könnt. Wenn ihr mögt, gerne dabei bleiben und reinschauen. Ansonsten auf der Apple TV funktioniert das bestens cool und einfach. Wie hätte es anders sein können? Es ist ein Produkt aus dem Hause Apple, auch wenn es nach wie vor ein Hobbyprodukt oder Projekt ist oder nicht mehr ganz. Es ist ein ausgereiftes und einfach ein funktionierendes Gerät. Das Auspacken ist einfach, das Einstecken ist noch einfacher und noch viel einfacher ist das Einrichten, auch wenn es da ein paar Schritte mehr hat als bei den vorbeiden genannten. Aber wie gesagt, die Konfiguration, wie ihr gesehen habt, funktioniert schlicht und einfach. Die ganzen anderen Geräte melden sich dann reihum. Zum einen meldet sich das iPad im Nachhinein, ob es sich auch mit dieser Apple TV Box verbinden darf. Auch das Smartphone, das iPhone meldet sich, ob es das darf. Und auch der Computer, wenn ihr einen solchen habt, mobilen iMac oder Mac Mini, was auch immer. Auch die möchten alle mit dem genannten Apple TV kommunizieren. Und das ist auch gut so, wenn man das möchte. Solltet ihr dann noch in Apple HomeKit, also in Apple Home, der App zur Steuerung eures smarten Zuhauses gehen, auch da drin werdet ihr dann gefragt, ob das Ganze nicht auch miteinander interagieren möchte. Und ich würde euch den Tipp geben, lasst das zu, denn ja, die Apple TV kann ja als Schaltzentrale für eures smartes Zuhause dienen. Da müsst ihr euer iPad nicht mehr zu Hause lassen, was das bis anhin gemacht hat, und könnt das dann so mit rumtragen. Ausser ihr habt so ein HomePod von Apple, der kann das natürlich auch. Wie gesagt, all die Geräte werden euch fragen, ob sie mit kommunizieren dürfen. Und ihr könnt das Ganze auch über Smartphone, über die Apple Remote App steuern. Wer nicht unbedingt die Fernbedienung nutzen möchte und oder die irgendwie vorne liegt und ihr bequem auf dem Sofa seid, das Ganze lässt sich ja, wie gesagt, auch ganz schön mit der iOS App, die integriert ist, bedienen. Und das super einfach und so, wie man sich halt so etwas wünscht. Somit, mein Fazit nehme ich jetzt den dreien schon von weg. Das ist das beste Media Center, wenn man im Apple-Ökosystem zu Hause ist. Und auch für viele andere haben da eine ganz, ganz tolle und vor allem eine ganz einfache Lösung. Wenn ihr noch weitere solche Gadget-Videos sehen möchtet, ein paar Tutorials, was auch immer, blättert ein bisschen im Account rum. Unten findet ihr den Account. Und wenn euch das Ganze gefällt, was ich mache, abonniert doch den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein neues Video. Und dann sehen wir uns bald schon wieder. Solltet ihr Fragen zu der Apple TV, der Fernbedienung, der App oder was auch immer haben, schreibt sie unten in die Kommentare, über Mail oder über Social Media, wie ihr es immer tut. Und bis bald, euer Poughkeepsie, tschüss.